So, heute ist der zweite Weihnachtstag. Ja, wo ist dein Geschenk? Ich glaube, das habe ich verloren. Wie, das hast du verloren? Ich finde es nicht. Ach nee, du. Ja, ich weiß. Wir werden es irgendwie schon wieder finden. Und das machen wir jetzt? Wenn ich kein Geschenk habe, dann kann ich das nicht auspacken. Nee, das sollst du ja auch nicht hier vor der Kamera auspacken. Wie, nicht hier? Naja, das sollst du alleine auspacken, nicht vor den Kindern, dann werden sie ja neidisch. Okay, aber was soll denn? Was wollen wir dann erzählen? Hm, weißt du was? Ich denke heute, schauen wir uns mal an, dass von Jesus schon erzählt wurde oder geschrieben wurde, noch bevor er geboren wurde. Die, noch bevor er geboren wurde. Du sollst erst geboren werden, dann kann man was über jemanden sagen. Hm, normalerweise schon. Und das ist Jesus nicht so? Nein. Jesus ist Gott. Wie, Jesus ist Gott. Ja, über Gott. Bevor er geboren wurde, war er schon im Himmel. Er war schon da. Er war schon immer da. Okay, das, das, okay, wow. Hm, wow. Und weißt du was? Im Alten Testament lesen wir davon. Wie, wir lesen davon? Hm. In Jesaja zum Beispiel. Wie Jesaja? Das ist ein alter Prophet aus Israel. Und der hat von Jesus geschrieben? Hm. Der hat von Jesus geschrieben in Jesaja Kapitel 9. Dann lese ich an, was steht da? Da steht, gleich im ersten Vers, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finsternlande, scheint es hell. Ja, das haben wir auch vorgestern gehört, als die Engel kamen und es ganz hell wurde. Hm. Da wurde es über den Feldern ganz hell. Aber diese Helligkeit, von der Jesaja hier schreibt, das ist nicht das Licht von den Engeln. Wie, das ist nicht das Licht von den Engeln? Das ist das Licht, was Jesus in diese Welt bringt. Das Licht, das in unser Herzen scheint. Das ist nur ein Mikro. Ja, aber mein Herz ist ja hier irgendwo. Achso. Und da soll Licht scheinen? Naja, das ist nicht wie eine Taschenlampe, die drauf scheint. Achso. Wie, was heißt das dann? Das heißt, dass Jesus uns Hoffnung bringt. Wie, Hoffnung? Hoffnung. Hoffnung, dass es Versöhnung gibt mit Gott und dass wir eine Ewigkeit, dass wir im Himmel verbringen können mit Jesus und Gott. Oh, okay. Ja. Und dann? Ja, dann steht hier noch ein bisschen mehr. Und dann, Abvers 5 steht da. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Okay. Und das? Das steht über Jesus? Mhm. Ein Kind ist uns geboren. Ja. Das Jesuskind. Achso. Okay. Aber das sind so viele Sachen. Ja. Wunderrat, Gott hält, steht da, ewig Vater, Friedefürst. Ja, das sind so ganz, ganz seltsame Sachen. Mhm. Das, diese Sachen, die da stehen, die können unmöglich auf einen Menschen, von einem Menschen reden. Ja. Und da steht ja auch noch was ganz Interessantes. Die, der, ja, da. Und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Mhm. Und noch was. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wie? Die bis in Ewigkeit. Naja. Gott, der Vater, der hat Jesus gefragt. Jesus, möchtest du auf die Erde gehen? Möchtest du ein Mensch werden? Wieso denn das? Ja. Um die Sünde, die zwischen uns und Gott steht. Die ist wie so eine Mauer. Hier ist doch keine Mauer. Ja, hier ist keine Mauer, aber ich zeige das nur so. Zwischen uns und Gott ist eine dicke, große Mauer. Und die kann man nicht kaputt machen? Nein. Die kann man nicht kaputt machen. Was ist das denn für eine Mauer? Steine? Nein. Das ist die Sünde. Oh. Und da kann man auch nicht vorbeilaufen? Nein. Da kann es auch nicht vorbeilaufen. Und drüber springen. Geht auch nicht. Drunter, ein Loch drunter buddeln. Nein. Das klappt nicht. Oh nee. Wie kommt man da vorbei? Das ist genau aus dem Grund. Wie kommt man da vorbei? Um da eine Tür in diese Mauer zu machen, damit wir zu Gott können, damit wir nicht immer von Gott getrennt sind, dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Okay. Und Gott hat ihn gefragt? Mhm. Gott hat ihn gefragt. Jesus, möchtest du das? Und er hat eigentlich nicht gesagt, ja, geh? Nein. Das musste Jesus freiwillig machen. Wieso denn das? Ja. Dieses Opfer musste Jesus freiwillig bringen. Man konnte ihn nicht zwingen. weil das, was er tun musste, das war nicht schön. Wie nicht schön? Er musste Mensch werden. Ja, ist doch gut. Dann ist er geboren. Kann er leben. Ja, ja. Aber das, was am Ende passierte, das war nicht schön. Wie am Ende. Ostern, weißt du, was da passiert? Ah, die Kreuzigung. Mhm. Und dann musste Jesus am Kreuz sterben. Mhm. Der ist Mensch geworden. Er wurde geboren. Ist aufgewachsen. Wurde erwachsen. Und hat dann gepredigt. Hat von Gottes Reich erzählt. Hat von dem Licht erzählt. Und dann haben ihn die Menschen gekreuzigt. Und nein. Mhm. Und einfach so. Ja. Aber Jesus musste sterben, damit er diese Tür in die Mauer bauen kann. Oh nein. Das musste so sein. Mhm. Anders ging es nicht. Man konnte keinen anderen Weg um die Mauer finden. Man konnte keinen anderen Weg um die Mauer finden. Oh nein. Mhm. Aber das ist das Schöne für uns. Ja, für Jesus hieß es dann ganz viele Schmerzen und das war nicht so gut. Aber für uns ist das super. Denn für uns scheint jetzt das Licht aus Gottes Ewigkeit. In unser Herzen, wenn wir es wollen. Und wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen diese Tür aufmachen. Wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir daran glauben, dass er für uns und unsere Sünden gestorben ist. Dann steht uns diese Tür offen zu Gott. Oh. Und das ist das Licht, von dem hier geschrieben wird. Mhm. Und deswegen steht hier auch, seine Herrschaft wird von nun an bis in Ewigkeit. Denn Jesus ist ja Gott. Der war schon immer. Und der wird immer sein. Und dass er jetzt König ist. Über alle Menschen. Über alle Welt. Über jeden. Das zählt jetzt für immer. Da hat Gott gesagt, weil Jesus das durchgezogen hat. Freiwillig. Von Anfang bis zum Ende. Deswegen wird er jetzt ewig König sein. Oh. Und für uns heißt das, dass wir dann immer auf ewig bei Jesus sein dürfen. Dann dürfen wir für immer und ewig bei Jesus sein. Das ist ja super. Dann ist ja Weihnachten was richtig Tolles. Ja. Weihnachten ist was richtig Tolles. Aber das müssen wir den Menschen erzählen. Ah. Okay. Erzählt das euren Freunden. Was Weihnachten ist. Wieso das so wichtig ist. Ja. Und das werde ich gleich meinen Freunden in der Schule erzählen. Mhm. Aber erst mal die Ferien abwarten, ne? Nach den Ferien. Oder vielleicht, wenn du sie das nächste Mal triffst. Ja. Das ist gut. Das mache ich. So. Äh. Dann war es das ja schon hier heute. Mhm. Das war es schon. Mehr wollte ich gar nicht erzählen. Das heißt, damals wussten die Leute auch schon von Jesus. Ja. Sie wussten nicht, dass er Jesus heißen wird. Aber sie wussten, Gott wird den Retter schicken. Und er wird es tun. Auf jeden Fall. Aber sie wussten nicht wann. Ja. Super. Dann hat Gott seine Versprechen, dass er jemanden schicken wird, tatsächlich wahrgemacht. Mhm. Er hat es tatsächlich wahrgemacht. So, Kinder. Und ihr dürft es euren Freunden erzählen? Denn, dass Weihnachten eine super Sache ist, weil Jesus diese Mauer der Sünde zwischen uns und Gott kaputt gemacht hat. Eine Tür reingemacht hat, dass uns von Gott nichts mehr trennen muss. Und wir dürfen Gott kennenlernen, wenn wir an Jesus glauben. So. Und jetzt? Was sagen wir? Wiedersehen. Bis Silvester. Silvester ist ja auch bald. Und jetzt? Das ist ja auch bald. Ich bin da.